Jollo, bin ich wieder und ich habe mich dafür entschieden, pro Folge wirklich nur ein Gefecht zu machen. Egal wie kurz es ist. Wirklich egal wie kurz. Auch wenn es nur eine Minute geht, egal. So, was hat sich geändert in meiner Garage? Hier habe ich die Hauhäuser drauf gebaut. Da die Top Gun. Hier auch die Top Gun. Den habe ich voll erforscht und ich habe eine neue Artillerie. Die alte habe ich verkauft und dafür habe ich jetzt die hier. Die ist noch besser und ich brauche noch die bessere Kanone. Aber egal. Ich würde sagen, wir gehen mal mit dem hier ins Gefecht und los. Scout. Das ist ein Scout, der T-50. Stuhl 4, Leichertank von Russen. Habe ich aber schon mal gesagt, aber egal. Ähm, ja. Der ist verdammt schnell und verdammt mobil. Und hat eine Scheißwaffe und Scheißpanzer und Scheiß wenig Hitpoints. Und kommt in behinderte Gefechte für ihn rein. Aber egal. Irgendwie werden wir schon was erreichen. Ähm, ja. Aber nein, aber vielleicht. Hm. Da ist mein Team. Bewundert es. Wunderschön. Ich würde sagen, ich war, ich war vor, scoutte ein paar, bleib dabei in Deckung, versteckt mich dann wieder und rushe dann auf die gegnerische Artillerie zu. Das ist der Masterplan. Legen wir los! Ich will da lang. Achso, ich kann mich ziemlich arg drehen für den Panzer. Und dann doch recht schnell. Es gibt schnellere, aber der schon... Schnell, ja. Schnell halt. Einfach nur schnell. Ich glaube, ich gehe da hin. Ja. Scheiße, scheiße. Nein. Ah, fuck. Bisschen Kurven fahren. Ja, wie ich tot bin, egal. Ja, dem wollte ich gerade ausweichen, aber... Einfach um den herumfahren. Oh, dieser oben greift mich auch nicht. Das liebe ich an sich. Oh, fuck. Ich werde hier voll belagert. Scheiße, meine Kette. Oh, shit. Einfach weg hier, einfach weg hier. Ah, das wird... Das war's für uns. Raus hier! Der da. So, Mann. Das hat Bock gemacht. Auch wenn ich ziemlich schnell tot war. Gegner verarschen. Macht halt einfach Bock. So. Scheiße auf, wenn mein Englisch etwas falsch ist. Egal. So. Ich bin einfach gut. Ja, egal. Ähm. Ähm. Was geht mal im Clan ab? Gar nichts, okay. Was habe ich vor? Ja, ich will mit dem hier, ähm, die Top Gun kaufen. Und. Ja, keine Ahnung. Nächstes Mal werde ich wahrscheinlich mit dem hier spielen, weil ich gerade irgendwie voll Bock auf den habe. Aber egal. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.